Hi! So, jetzt sind wir mal mit der Fähre gefahren, hier nach Köln-Langl. Kann man hier mit der Fähre fahren, da? Von Baumberg, äh, Hittorf, Hittorf, ja, Entschuldigung, Hittorf, ja. Von Hittorf, hm, nach Köln-Langl, ja. Dann mit der Fähre übersetzen, ja. Und hier sind wir auf dem Fahrradweg, hier müssen wir einen Platz machen. Auch viele Fahrfahrer hier, ja. Kann man uns spazieren gehen, hm, ja. Mal gucken, was hier noch so ist, ja. Wir müssen noch ein paar Burgen oder sowas, mal gucken, hm. Oh, was? Was? Kaffee, ne? Achso, ich, ja. So, jetzt sind wir hier auf so einer, äh, Mauer, ja, ja, Mauer, ja. Auf dem Bauer geklettert, und, äh, da sieht man den Rhein, hm, ja. Da hinten noch die Sewer-Kusen, ja. Schöner Blick hier. Ja, aber neue Gebäude oder so habe ich noch nicht gesehen, nee. Hier sind noch ein paar Häuser, so auf Alt, hm, ja. Ja, wir müssen noch gucken, was wir noch zu finden, ja. Hier ein bisschen weiter gelaufen, hm. Und dann haben wir hier am Deich, äh, Schutzwasser, ja. Hochwasser, ja. Schöne Häuschen, hm, ja. So, und da hinten sieht man den Rhein, hm, hm. Wichtige Lüftflopfer, da ist ein großer Glitzer nur so hoch. So ein schönes, kleines Schlössling. Ja, es ist schön hier, ja. Wenn man vorbeikommt, die Seele baumeln lassen, ja, ein bisschen in Ruhe. Schön, ja. So reiten die Pferde am Rhein, so, kann man sehen, ja. Ui, ja, sind viele Leute unterwegs, ja. Auf Pferde, hm, hm. So, jetzt sind wir hier unten noch ein bisschen gelaufen, hm, hm, ja. Wo sind wir hier so ein Schild? Ey, ja. 705, ja. Ist aber keine Flipperzahlen, nee, das muss irgendwas sein hier. Kilometer, glaube ich, vom Rhein, ja. Einfach mal nachgoogeln, könnt ihr ja mal schauen, ne. Jetzt sehen wir auch noch ein paar Schiffchen hier, hm, 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 ja. Hier hinten ist die andere Rheinseite, da hinten spielen. Das überlegst du auf dem Foto gewesen, ja. Aber als Spotter, da muss ich rausschneiden, ja. So, jetzt sieht man da hinten noch die Fähre, hm, die geht nach, äh, Karneval ist doch so rein, ne. Nein, nein, ist kein Karneval, nein, ist kein Karneval. Ähm, die Fähre, wo die geht nach Hittorf rüber, hm. Ja, der Mann geht schon weiter, ja. Jetzt bin ich trichstrebig, ja. Trichstrebiger Mann, ja. Ich weiß nicht, was das ist. Äh, naja. Ich tue mir doch gar nichts, warum gehe ich so auf, verstehe ich nicht. Ähm, ja, äh, die Fähre geht jetzt gleich wieder los, ja, da gehen wir rauf mit dem Auto, hm, hm. Ja, das kostet 5 Euro, eine Tour, ja. Die können aber alle drinnen bleiben im Auto, ja. Da muss man nicht raus. Aber jetzt kann man auch rausgehen, ja. Jetzt wollen wir hier den Weg noch gehen, ja, hm. Aber es ist ein bisschen anstrengend, ja. Es ist ja mehr Acker, ja, hm. Und da hinten haben wir geparkt, ja. Ha, da hinten kommen auch gleich die Fähre. Aber wir fahren über die Autobahn, ja, die Brücke, ja. Nehmen wir die Brücke, die es macht. Und hier ist noch ein Weg, da kann man auch noch lang gehen, hm. Ja. Aber wir werden jetzt zurückgehen, ja. Und hier hinten ist alles grün, da kann man sehen, überall Bäume und grün und so, hm, ja. Ha, das ist ja anstrengend, aber es ist schön hier, ja. Immer am Rhein ist immer schön, ja. Tschüss. Ja. Maske. Oh, meine Maske, ja, Moment. Uh, ah, Maske vergessen, ja. Da muss er immer Maske anziehen, ne, hier so. Manchmal, am Parkplatz, da muss man natürlich die Maske anziehen, ne. Kann man ja nicht, äh, nicht die Leute gefährden, nein. Man muss ja immer Maske anziehen, ne. Ha, das ist ja anstrengend, ja. Ja. Ja.